Weiblich. Humorvoll. Mama. Bei einer Frau, auf dem Bart. Augen. Die Mitte. Ich habe das Wort nicht dafür, aber wenn man sich... wenn man sich zu sehr benimmt. Ich habe sie damals überrascht, dass ich nicht ins Orchester gegangen bin. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hätten sie mich auch machen lassen. Wollten sie nur, dass ich nicht... Wollten sie einfach nur, dass ich mir ein Zeug mache. Meine Lieblingsmedizin. Massagen. Ich bin ein Radler, aber es ist keine Biermarke. Bin ich okay, ich bin ein Radeberger Radler. Ich bin ein Edding. Also ich bin ein Kugelschreiber-Edding-Typ. Ich bin kein Bleistift. Definitiv nicht. Das ist jetzt hier auf Tour gewesen. Da war ich zum ersten Mal wirklich in den Bergen und wusste es nicht. Also ich wusste nicht, dass ich vorher noch nie wirklich in den Bergen war. Oder ich habe es verdrängt. Auf alle Fälle war das so eine mächtige Erscheinung, dass ich so einen Respekt hatte, dass ich einfach nur noch Angst hatte und an den Felsen geklebt habe, wie so ein Großstädter. Dass mein Bruder nicht von Bettina-Wünsche geheiratet wird, weil er sein Kinderzimmer nicht aufräumt. Ja, gibt's. Alter. Da haben wir ein Baby dabei. Also wenn man das füttert, man macht den Mund auf, das Baby macht den Mund auf. Oder das strahlt ich an, du strahlst zurück und man merkt, ich mache was und blöse was aus und es kommt zurück. Genauso ist das, wenn man vor vielen Menschen auf der Bühne steht. Warum funktioniert das, wenn derjenige ungefähr noch so groß ist und ganz viele Menschen darauf reagieren? Warum werden die so hysterisch? Wie funktioniert das? Warum reagieren die so stark? Warum, wo kommt das her? Oder warum waren Fackelzüge möglich? Also wie hat Hitler funktioniert? Wie funktioniert das, dass wir sagen, wir haben dieselbe Jacke an? Ich finde das toll, du hast auch dieselbe Jacke an. Bis hin zum Geschmack. Bis mach los, gibtsranärer. Darum. Horst. Genau. Hierher.